Moin liebe TMS Schüler und liebe Eltern. Nächste Woche sind die Osterferien zu Ende und viele fragen sich, ja wie geht's denn jetzt konkret weiter in den Medien? Konnte man ja jetzt was lesen von verpflichtenden Selbsttests? Es gibt einen Elternbrief von Herrn Tonne, es gibt einen Elternbrief von Frau Müller-Wüstefeld, die bitte auch ganz gründlich durchlesen. Hier machen wir jetzt einfach mal ein kurzes Zusammenfassungs-Erklärvideo. Die wichtigste Änderung für nächste Woche ist natürlich diese Einführung der verpflichtenden Selbsttests. Bei uns an der Schule machen wir das so, über Montags und Mittwochs macht ihr diese Tests und das ist schon das Wichtige, vor Schulbeginn. Also zu Hause führt ihr diese Tests durch. Wer jetzt immer noch sagt, ich trau mich das nicht, guckt euch noch mal das Video an, wo wir das extra für euch gemacht haben. Findet dabei YouTube unter Schnelltests TMS. Alle, die in der Schule mitgemacht haben, haben das tatsächlich schon erfahren. Die Dinger gehen echt unproblematisch und schnell. Einfach mal angucken und ausprobieren. Dann die wichtige Frage, wie kriegen wir das jetzt? Wir brauchen das ja, bevor ihr zur Schule kommt. Also, ihr schreibt da das Datum drauf, schreibt euren Namen drauf, wie Herr Falke das hier schön vorgemacht hat und schickt das Ganze dann per Foto, per Teams an eure Klassenlehrer. Ja, und dann kommt ihr ganz normal zur Schule. Neue Tests geben wir immer am Ende der Schulwoche raus. Und ganz wichtig, nur mit so einem negativen Test dürft ihr dann auch in die Schule. Also, schickt uns das Foto, dann könnt ihr reinkommen. Ansonsten darf niemand in die Schule kommen, der den Test nicht gemacht hat. Dafür gibt es natürlich weiterhin auch den Digitalunterricht, aber wir werden natürlich versuchen, dass möglichst viele bei uns in der Schule sind. Wieder die Erinnerung, sollte das Ding mal tatsächlich positiv anzeigen, bitte nicht gleich in Panik verfallen. Manchmal liegen die Dinge auch falsch. Dann lieber einmal zum Arzt, lieber einmal zu viel durchchecken, als wenn ihr dann irgendwen ungewollt ansteckt. Deswegen, ja, nur mit negativen Tests zu uns in die Schule. Jetzt gibt es ein Sonderfall. Nächste Woche, da habt ihr ja noch gar keine Tests. Es gibt jetzt Schulen, die regeln das so, dass dann am Montag nur die Tests abgeholt werden. Das finden wir echt eine blöde Idee. Wir haben schon so viel Unterricht verpasst. Das wollten wir jetzt nicht auch noch machen. Wir machen am Montag normalen Unterricht. Geben einfach einen Elternbrief raus, wo draufsteht, am ersten Schultag darf mein Kind ausnahmsweise auch mal in der Schule getestet werden. Und dann machen wir das so, wie wir das in einem Testlauf ja schon gemacht haben. Wir Lehrer geben euch noch Tipps und ihr führt diesen Test selbstständig durch. Habt ihr beim letzten Mal gut gemacht, werdet er auch jetzt wieder können. Für diejenigen, die es nicht schaffen, diesen Elternbrief rechtzeitig uns abzugeben, haben wir noch eine Notlösung, dass ihr die Tests abholt. Die dürft ihr dann aber nicht bei uns machen, sondern müsst nach Hause gehen, sie wieder zu Hause durchführen, uns das Foto schicken und dann kommt er wieder in die Schule. Also lieber wäre es uns natürlich, dass möglichst alle es schaffen, diesen Elternbrief rechtzeitig abzugeben. Und deswegen ist das ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Unbedingt diesen Rückläufer möglichst heute schon mit euren Eltern besprechen, die passenden Elternbriefe von Herrn Tonne und Frau Müller-Wüstefeld dazu durchlesen und unbedingt alles ankreuzen, was da wichtig ist. Dann eigentlich am besten heute schon schicken. Wir haben oben als Deadline hingeschrieben, zehnte, vierte. Aber na klar, eure Klassenlehrer müssen das Ganze noch sortieren, schicken das Ganze an Frau Müller-Wüstefeld damit, weil wir so eine Übersicht haben, wer kommt wann, wie, wo. Also am besten gleich ausfüllen, dann habt das hinter euch und dann sehen wir uns am Montag alle und machen das. Tja, und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis, ein paar Tage habt ihr noch Ferien. Genießt die, genießt die letzten Ferientage. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis denn!